Hallo und herzlich willkommen zurück zu Depraved. Ich bin Dr. Wolfserz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir bauen gerade noch die letzten Hütten fertig hier. Zehn Stück wollen wir insgesamt haben, denn das ist auch die Einwohnerzahl, die wir brauchen, um die Kirche bauen zu können. Eine kleine Kirche zumindest. Das wäre schon ganz gut, wenn wir die hätten. Beim letzten Mal im ersten Durchlauf, in den ersten zwei Folgen, ihr erinnert euch, da gab es Probleme. Oder in den ersten drei Folgen kann man sagen. Denn die Unzufriedenheit sank so stark, dass einige Dorfbewohner oder einige Pioniere meinten, sie müssten randalieren. Das war natürlich gar nicht schön und hat dazu geführt, dass es Schlägereien gab und brennende Gebäude und dann natürlich auch tote Pioniere wiederum. Und das hat uns so dermaßen ausgebremst. Naja, so jetzt haben wir zehn Pioniere. Wir haben neue Gebäude verfügbar. Jetzt können wir nämlich bauen, haben wir den Feuerholzhauer, aber ganz wichtig, die kleine Kirche. So, und die wird jetzt auch noch errichtet. Die kommt hier hin, sofern sie denn passt. Jawohl, das passt. Moment, das ist ja kaum schon. Lieber so ein bisschen Abstand. Da machen wir jetzt die kleine Kirche hin. Die bauen wir jetzt auch noch. Die braucht auch noch mal zehn Bretter und zwei Metallteile. Metallteile. Metallteile haben wir hier noch 22 und dort noch zehn. Oder auch 32, wie man hier oben sehen kann. Das ist ein bisschen einfacher vielleicht, dorthin zu schauen. Jetzt müssen wir noch aufpassen. Hier sind auch die Wölfe. Wir kaufen noch momentan nichts. Nein, alles gut. Alles gut. So. Und dann bauen wir, wenn die Kirche steht, einen Schreiner und einen Holzfäller. Diese beiden, oder ein Sägewerk besser gesagt. Und den Holzfäller, den baue ich glaube ich jetzt schon. Und der kommt hier hin. Den möchte ich hier stehen haben. So. Schaut mal, die Kirche wird gebaut. Wunderbar. So weit waren wir im letzten Durchgang jetzt nicht. Was halt auch das Problem war. Ist das tatsächlich nur so ein Zelt? Naja, okay. Die nächste Stufe ist eine Holzkirche. Die gibt es aber glaube ich erst ab 15 oder... Wir gucken kurz nach. Das ist die kleine Kirche. Friedhof. Saloon. Da ist die Holzkirche. Ja, 40 Pioniere. Wisst ihr Bescheid. Also für die ersten paar Wochen oder Monate, würde ich sagen, brauchen wir hier einfach so ein Zelt als Behelf. So, da kommt der Holzfäller, wie gesagt. Und wir haben zu wenig Bretter. Wir gucken mal kurz, der Schreiner, der braucht auch nochmal 15 Bretter und der kommt jetzt direkt daneben. Das habt ihr euch sicher gedacht. Das war aus dem viel... Ach, da ist ein Baum. Hier sind überall Bäume. Na, so könnten wir es hinstellen. So, wir stellen den direkt daneben. Und wir brauchen neue Bretter. Wir haben noch acht. Hier sind alle da. Schade, dass das nicht da jetzt weggesteckt wird, obwohl die sind ja gleich verschwunden. Oh, wir können einen Siedlerwagen kaufen. Das ist ja interessant. Wir können... Oh, da kommt der Händler. Dann muss ich den Kaufauftrag jetzt einstellen. Und wir nehmen nochmal... Wir nehmen nochmal 15, dann haben wir halt eine kleine Reserve von acht Brettern. Aber gleich können wir ja auch selber welche bauen. Von daher müsste das ja alles gut gehen. Einmal noch 15 Bretter. Geld geht weg wie nichts. Da sind sie angekommen. Wäre schön, wenn sie jetzt erst den Stapel hier abräumen. Denn sonst können wir nichts Neues kaufen. Jetzt sind alle Plätze hier belegt im Rathaus. Deswegen baut mal bitte erst den kleinen Stack ab. Wir werden es gleich sehen. Ich glaube, ja, da wird gerade ausgeruht. Ist ja auch klar. Die liegen hier schön ab Feuer. Das habe ich in der ersten Folge schon bemerkt. Das finde ich total schön, dass die sich einfach in irgendeinem gemütlichen Ort... Ich meine, mitten im Wald hier in dem Fall... ...ein Feuerchen machen und sich dann da hinlegen. Und ja, schlafen. Allerdings ist es auf der anderen Seite auch ein bisschen komisch. Denn wir haben ja eigentlich Häuser. Oh, wir haben schon 12. Ja, da seht ihr es mal. Wir brauchen schon neue Häuser. Wir brauchen schon neue Häuser. Wir müssen jetzt aber auch einen Jäger bauen. Darum ist das jetzt das Nächste. Und den... ...den mache ich wirklich so ein bisschen außerhalb, oder? Hier vielleicht. Hier sind nämlich unheimlich viele Tiere. Da sind Bisons. Und wir können den Jäger einteilen. Wir können ihm sagen, zum Beispiel, jag hier. Aber wir werden ihm wahrscheinlich erst mal sagen, dass er hier jagen soll. Denn kann er die Wölfe da oben vielleicht erlegen. Vielleicht können wir ihm das aber auch gezielt auftragen. Das wäre natürlich noch ein bisschen schöner. Dann können wir die Gefahr gezielt ausschalten und hätten Ruhe. Und können dann auch ruhig hier oben mal so ein bisschen was bauen. Das habe ich mich nämlich bisher nicht getraut. Einfach wegen der Wölfe. So, der Holzfäller entsteht. Alle Materialien sind schon angeliefert. Das Sägewerk braucht auch Steine. Das heißt, da müssen wir auch ein Auge drauf haben. Okay, hier ist das... Kleinst ist schon mal weg. Drei, sechs... Äh, ja, Moment. Habe ich jetzt... Ja, da sind schon alle angeliefert. Okay, und hier müssen zehn hin. Die haben wir jetzt aber schon nicht mehr. Das macht aber nichts, weil jetzt das erstmal fertig gebaut werden kann. Und dann kriegen wir selber neue Bretter. Jetzt müssen wir keine mehr kaufen. So, muss offensichtlich noch ein bisschen die Erde begradigt werden. Steht noch nicht gerade das Fundament. Ja, und dann geht's los. Sinnvoller wäre, den Holzfäller zuerst zu Ende zu machen. Vor allem Materialien sind da. Ja, können wir denen das jetzt sagen? Nee, das können wir denen nicht sagen. Hm. Oder wir können es ihnen sagen und ich weiß nur nicht wie. Das ist natürlich auch möglich. Gucken wir jetzt mal einfach auf so einen beliebigen Hilfsarbeiter und schauen mal, wie die Zufriedenheit ist. Und wie wir sehen, die Stimmung ist... ganz oben. Hier ist alles grün. Und sie geht nicht mehr runter. Das heißt, die sind völlig stabil. Gucken wir mal bei dem Bauarbeiter. Auch da, alles stabil. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, acht. Laufen hier noch zwei Leute mit Brettern auf den Schultern durch die Gegend? Nein. Das heißt, zwei Bretter fehlen. Die kommen dann aber gleich hier. So, hohe Geschwindigkeit. Wir wollen ja, dass vorwärts geht. Außerdem müssen wir natürlich einholen hier. Das Ganze ist ja ein Angespiel. Das heißt, das Ganze ist eh limitiert. Eigentlich sage ich für ein Angespielt maximal zehn Folgen. Und ich habe ja auch schon auf dem Discord gefragt, was ihr denn denkt, ob man da ein Let's Play schon mal von machen soll oder ob man auch vielleicht wartet. Denn das Spiel ist ja in Entwicklung. Ist jetzt noch ganz früh. Man kann natürlich auch nochmal reinschauen, wenn es noch wieder mehr zu zeigen hat. Ich sage mal Alpha 2, 3 vielleicht wieder. Einfach, um auch den Fortschritt des Spiels so ein bisschen zu begleiten. So, jetzt haben wir hier 13 Pioniere. Zwei sind obdachlos. Wir brauchen also neue Hütten. Ist aber insofern auch kein Problem. Hier haben wir jetzt die passenden Arbeiter. Jetzt sind wir schon zu 14. Zu 14, wenn man das so sagen kann. Durchaus. Also, Bretter werden produziert. Da müssen wir uns keine Sorgen mehr drum machen. Haben wir einen stabilen Nachschub. Der Jäger kann dann also gleich fertiggestellt werden. Das heißt, wir haben die Bedürfnisse nach Fleisch gefüllt. Erfüllt. Wir können also durchaus neue Häuser bauen. Würde ich sagen, machen wir das mal. Aber ich würde jetzt mal eine zweite Stelle irgendwie anfangen. Dass das nicht alles auf einem Haufen ist. Machen wir hier noch so ein paar Zelte hin. Zelte ist gut. Ja, es sind eigentlich Zelte, ne? Sie heißen auch Arbeiterzelt. Äh, passt nicht. Na, dann machen wir es leicht versetzt. So, 4. Dann haben wir 14. 15. 16. Okay. Oh, Verzeihung. Einmal zu weit gedrückt. So, an dem Jäger. Dem sagen wir jetzt direkt halt, wenn er denn da ist, zwei Bretter fehlen noch. Dem sagen wir direkt hier, die Wölfe, wenn das geht, ich hoffe natürlich. Weil der Jäger hat ein Gewehr. Der kann so einen Wolf schießen. Nur, ob wir ihm das auch tatsächlich befehlen können, das weiß ich nicht. Jetzt fehlen hier zwei Bretter, deswegen geht es hier nicht weiter. Hier können die aber auch noch nicht viel machen. Ja gut, die Fundamentbegradigung, das können sie machen. Aber aus Mangel an Brettern dürften sie da auch noch nicht viel weiterbauen können. So, und jetzt sieht man hier schon, es wird so ein bisschen dunkler hier. Und durch diese Bretter sieht man das auch. Hier entstehen langsam so Trampelfade, sage ich mal. Und ich bin mal gespannt, wie das weiter aussieht. Ach, haben wir hier tatsächlich einen Pfaffen drin? Jawohl, haben wir. Milford Lanz ist unser Priester. Und was hat der für ein Problem? Oh, er ist obdachlos. Ja gut, okay. Keine Sorge, das ist in Bau. Und jetzt werden hier auch Bretter gemacht. Und das Schöne ist, das geht hier jetzt zack, 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 zack. Weil das einfach im Grunde ganz leicht getragen werden kann. So, der hat Angst hier. Denn der steht da direkt vor den Wölfen. Den holen wir da auch mal schnell weg. Geht der da noch weiter drauf zu? So, das ist Holzfäller. Hm, wir müssen dem Holzfäller vielleicht mal sagen, dass er woanders arbeiten soll. Und zwar sagen wir ihm, habe ich ihn jetzt rausgeschmissen? Nee. Wir sagen ihm, dass er hier arbeiten soll. Hier. Diese Bäume wollen wir weg haben. Denn da wollen wir später natürlich was bauen. Machen wir einfach mal so. Und so wie es vorher war, klar, ist er hier recht nah an die Wölfe gekommen. Dann erstarrt er natürlich auch zur Salzsäule. Wer kann es ihm verübeln? Wie sieht es da mit dem Jäger aus? Ein Brett fehlt noch. Wird gerade angeliefert. Sehr schön. Und die gehen da tatsächlich hier hinten rum, anstelle hier durchzulaufen? Okay. Habe ich aber kein Problem mit. So, jetzt müssen wir warten, dass hier ein Arbeiter auftaucht. Ja, Pech haben sind wir dann schon 15 Leute. Da müssen wir noch wieder mehr Zelte bauen, obwohl ich habe hier ein bisschen Reserve jetzt gemacht. 16 könnten wir leicht tragen. So, kommt denn da ein Jäger? Oder kommt keiner? Da ist der Jäger. So, und dem sagen wir jetzt, der hat nämlich hier eine Waffe, dass er da den Wolf schießen soll. Oder zwei sind es. Wolf angreifen. Das geht. So, es sind zwei. Wir müssen also aufpassen. Uh, der ist da oben auch schon direkt. Junge, Junge, Junge. Ah, er macht es vom Pferd. Er hat den Wolf getötet. Dann töten wir den Zweiten auch noch. Jetzt hat er hier Bretter gelegt, weil er da lang geht. Ja, gut. Komm, mach mal erst ein Wolf hier. Erst die Gefahr ausschalten. Bevor du da jetzt das Fell abziehst, wäre mir ganz lieb. Macht er aber nicht. Er zieht erst das Fell ab. Na gut. Na gut, wäre ja auch Verschwendung, das liegen zu lassen. Also kann man ja irgendwo auch nachvollziehen. Trotzdem, ich will den Wolf loswerden. Was macht der da jetzt so lange? So, steig mal ab. Ne, mach da nicht. Oh, weih, ich glaub, der ist... Oh, wenn wir Pech haben, ist der verbuggt jetzt. Ah, ja, 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 okay. Da würde ich sagen, da mach ich mal kurz eine Pause, speicher einmal und lad das Spiel neu und ich in der Hoffnung, dass das wieder in Ordnung kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dauerhaft so ist. Man kann ja eigentlich nicht dauerhaft so sein, aber lieber auf Nummer sicher gehen. Also bis gleich. So, neu geladen und wir schauen mal. Okay, der Jäger ist auf jeden Fall abgestiegen, wie es aussieht. Können wir dem jetzt sagen, dass er den Wolf angreifen soll? Das wäre natürlich hervorragend. Können wir nicht. So. Defensiv, offensiv, Einheit anhalten. Halten wir ihn einmal an und bewegen ihn dann hierher. Geht nicht. Machen wir ihn wieder frei. Geht auch nicht. Steige auf. Macht er nicht. Ah, Leute, das ist natürlich ärgerlich, aber bitte denkt dran, Alpha 1, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist halt so, kann durchaus sein. Wir werden ihn jetzt feuern. Und hoffen, dass er dann verschwindet. Tut er auch nicht. Ach, herrje. Ach, herrje. Jetzt müssen wir warten, bis die Stimmung so tief runter ist, bis der erledigt ist. Oder vielleicht kümmert sich der Wolf ja darum. Kann man nichts mehr machen. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ah, jetzt ist der auch schon wieder hier. Hallo? Ich wollte doch, wollte den noch feuern. So. Und da legen wir das Gebäude mal still. Und der steht da leider immer noch rum. Und wieder noch als Jäger angezeigt. Okay. Da würde ich euch jetzt natürlich gerne zeigen, dass wir das irgendwie lösen können. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie. Ich werde das Gebäude jetzt zerstören, weil ich absolut keinen anderen Ausweg weiß. Oh, weia. Na gut. Da müssen wir warten, bis es ihm schlecht geht. Das Problem ist nur, wir brauchen Jäger. Das heißt, die Hütte baue ich jetzt natürlich neu. Wo ist er denn nochmal, der Jäger? Wir können jetzt auch normale Hütten bauen. Da ist er. So. Brauchen wir nochmal einen neuen Jäger. Oh, hoppla. So. Jetzt aber. Gut. Was haben wir denn da? Weißt du ja nicht, was er tun muss. Ah, jetzt hat er was zu tun. Ja, ich hoffe, dass der sich auch ähnlich wieder beruhigt hier irgendwann. Wenn der Entwickler zuschaut, kann er mir auch gerne sagen, ob es eine Lösung für dieses Problem gibt. Sonst werde ich ihn anschreiben und mal in der Mail fragen, ob man da was machen kann. Wir gucken erstmal, was passiert, wenn wir einen neuen Jäger bauen. Drückt mal die Daumen, dass das funktioniert. Wir können hier keinen rausschmeißen, glaube ich, oder? Wenn wir hier aufs, nee, nicht aufs Rathaus, sondern hierher gehen. Und dann hier hin. So, wo ist der Jäger? Da ist er, er mit Twist. Nee, da können wir nur auf den Infobutton gehen hier. Rausschmeißen können wir ihn nicht. Das wäre natürlich ideal. Aber der kriegt ja auch langsam Durst. Der will irgendwann sterben und dann wird sich das Problem, denke ich, erledigen. Das Dumme ist nur, was machen wir so lange ohne Fleisch? Müssen wir dann Fleisch kaufen und vielleicht was anderes dafür verkaufen? Bretter oder ähnliches? Schau mal, hier die Fußabdrücke sieht man auch. Schwieriges Lage gerade. Lass uns warten, was passiert, wenn der Jäger gebaut ist, das neue Jägerzelt. Und dann gucken. Einfach gucken. Was anderes können wir eh nicht machen. So, jetzt haben wir 16 Hütten und 16 Leute. Und der Sommer ist eingebrochen. Wunderbar. Wir haben eine Grundversorgung an einigen Dingen. Wasser ist noch 18 Mal da und könnten aber nichtsdestotrotz schon mal einen Brunnen bauen. Und den bauen wir jetzt natürlich auf jeden Fall auf fruchtbarem Land, denn wir wissen, dass es da mehr Wasser gibt. Und den stelle ich jetzt, den stelle ich hier hin, mitten in den Wald. Die Bretter werden ja, äh, die Bäume werden hier ja gefällt in diesem Bereich. Da haben wir ja für gesorgt. Das heißt, irgendwann wird der schön sichtbar sein. Obwohl ist er so auch, aber dann haben wir hier Platz auch. Und ich stelle mir vor, dass man dann da irgendwann Farmen errichtet. Gucken wir mal. Hütten. Hütten brauchen wir, glaube ich, für die besseren Bewohner. Außerdem können da bis zu zwei Mieter Platz finden. Und die Miete pro Mieter ist 10 Dollar. Das heißt, da können wir ein, da können wir Geld mit verdienen. Aber hier kriegen wir auch Miete. 4 Dollar pro Miete. Können nur Pioniere hier wohnen. Hier können auch, nee, hier können auch nur Pioniere rein in diese Hütte. Also die sieht definitiv hübscher aus. Aber es, ja, die ist aber auch größer und es passen nur Pioniere rein. Bauen wir da mal zwei Hütten hin. Oh, jemand braucht einen Arzt. Was ist passiert? Ah, der Wolf ist hier. Nutzloser Jäger. Ehrlich. Ich gebe jetzt nochmal den Befehl, den Wolf anzugreifen. Vielleicht klappt es ja jetzt. Aber ich fürchte nicht. Wir brauchen dringend Leute. Wollen wir ganz schnell alle aktivieren und den Wolf angreifen. Ne, der Jäger. Der sogenannte. Bleibt stehen, aber wir dürften den Wolf relativ schnell erledigen. Ah, einer ist gestorben. Wer ist es denn gewesen? Ich weiß es nicht. Jetzt ist noch jemand verletzt. Jetzt ist der Wolf erledigt. So, wer ist da verletzt? Der Priester. Na, dann brauchen wir auch bald einen neuen Priester. Oder wir bauen vielleicht einen Dock. Können wir schon einen Dock bauen? Wir könnten einen Doktor bauen. Dann brauchen wir acht Steine für. Die haben wir nicht mehr. Kaufen oder selber abkloppen. Ich würde sagen, Steine jetzt brauchen wir auch eh. Der müsste sich ja hier verstecken. Ne, hier müsste der sich verstecken. Nein, der ist natürlich ganz vorne. So. Ein Steinmetz. Jetzt haben wir auch keinen Wolf mehr da. Jetzt können wir durchaus... Ja, Baum im Weg. So. Bauen wir den Steinmetz da hin. Da kommt ein neuer Hilfsarbeiter. Jägerhütte fehlt noch ein Brett. Wir können natürlich hier oben auch ein Bug-Report senden. Da können wir also schreiben, welches Problem aufgetaucht ist. Können wir dem Entwickler helfen? Ich denke mal, das fülle ich aus. Wenn ich die Aufnahme beendet habe, da schreibe ich dann einmal rein, was ich gemacht habe. Dass der Jäger auf dem Weg zum Dorf war und dass ich dann den Klick gemacht habe auf den Wolf und dass seitdem der Jäger da steht. Vielleicht kann man das ja nachverfolgen und auch reproduzieren. Und dann dafür sorgen, dass dieser Fehler nicht mehr auftritt. So. Hier sind 699 Fässer Wasser drin. Erinnert ihr euch, als ich den Brunnen in dem ersten Dorf oder in der ersten Siedlung hier auf dem kargen Land gebaut habe? Da waren 58 Fässer drin. Hier sind es fast 700. Also wunder, wunderbar. Wasser ist dann jetzt auch kein Problem mehr. Ja, der Priester wird sterben, wenn wir keinen Dock vorher haben. Den Stein wir jetzt brauchen. Aber wir könnten natürlich, jetzt ist gerade der Händler durchgefahren. Sonst hätte ich gesagt, wir kaufen halt ein paar Steine. Wir haben ja eine positive Bilanz. Und bald kriegen wir noch mehr Geld, wenn wir hier Einwohner in den Hütten haben. Wenn die umziehen, also wenn die willig sind umzuziehen. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie das sind. Dann gibt es mehr Geld. Dann kann man auch sagen, komm, wir kaufen eben ein paar Steine. Obwohl, wisst ihr was? Ich kaufe die Steine jetzt. Rede ich gar nicht lange rum. Die sind recht teuer, 18. 10 reichen ja. Wir kaufen einmal 10 Steine. Und vielleicht können wir auch was verkaufen. Wovon haben wir denn viel? Wir haben von gar nichts viel. Wir haben tatsächlich... Ne, wir haben gar nicht. Wir haben überhaupt nicht viel. Beziehungsweise wird die Anzahl gar nicht gezeigt. Ich müsste hier oben mal schauen. Wir hätten Wasser. Wir könnten ja Wasser verkaufen. Da kriegen wir vier Geld für ein Wasser. Fast. Ich lasse es sein. Wir kaufen einfach 10 Steine. Und gut ist, damit wir hier den Doktor bauen können. Diese Hütte braucht auch Steine, sehe ich gerade. Oh, die brauchen Stein. Okay, pass mal auf. Wir kaufen ein bisschen mehr Steine. Wir kaufen jetzt einmal 20 Steine. Nein, besser sind 25. 26 ist auch okay. So, und da kommt der Händler. Der bringt dann 26 Steine. Da kriegen wir die beiden Hütten fertig. Und den Steinmetz auch. Beziehungsweise der braucht keinen Stein. Wir kriegen aber dann den Doktor fertig. Den will ich jetzt unbedingt bauen. Damit uns nicht noch mehr Leute hier sterben. So, und der Arzt kommt hier hin. Da stellen wir den Arzt hin. So, Jägerhütte gleich fertig. 90 Prozent. Fertig. So, wer ist Jäger? Er mit Twist. Na, wunderbar. Läuft er jetzt weiter? Wo ist er überhaupt da? Natürlich läuft er nicht weiter. Okay. Da müssen wir warten, bis er verdurstet ist. Da er sich nicht eindenken kann mit Flüssigkeit hier, wird er dann wohl sterben. Und dann wird ein neuer Jäger kommen. Anders geht's halt nicht. Schade. Aber so ist das halt. Wie gesagt, nochmal. In der Alpha, da kann man nun mal nicht von ausgehen, dass alles schon ohne weiteres funktioniert. Das wäre sonst auch Hexenkunst, würde ich sagen. Jetzt wartet mal. Wir haben auch nicht mehr viele Metallteile. Wir müssen Metallteile kaufen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 13.000? Die Metallteile waren so teuer. Aber da müssen wir jetzt nochmal einen sauren Apfel beißen und da kaufen wir jetzt nochmal 20 von. Und dann müssen wir die langsam selber herstellen hier. So, da kommt der Doktor. Für Metallteile brauchen wir Eisen. Das müssen wir also hier bauen. Können wir denn die Eisenmine schon errichten? Große Frage. Wahrscheinlich nicht. Ne, die Eisenmine. Die kommt erst mit... Wo ist es denn? Kupfer. Da ist die Eisenmine mit... Mit fünf Siedlern. Ist da Bescheid. Fünf Siedler. Da gucken wir nochmal nach, was Siedler brauchen. Die brauchen Brot. Also, ihr seht schon, das ist schon nicht mehr so einfach dann. Für Brot brauchen wir Felder. Felder produzieren dann Weizen. Der muss verarbeitet werden zu Brot. Das ist nicht mal eben gemacht. Wir brauchen vor allem erstmal Geld von Leuten. Von normalen Siedlern. Darum ist es gut, wenn die hier in die Hütten einziehen. Dann gibt es mehr Geld. Dann können wir uns auch leisten... Jetzt sind sie gekommen, die 20 Metallteile. Sowas halt mal zu kaufen. Anders kommen wir hier nicht weiter so. Positiv ist, dass der Stein hier schon da ist. Jetzt fehlen nur noch die 15 Bretter. Die sind zuerst hierher gebracht worden. Und wie wir sehen, brauchen diese Hütten auch erstmalig Feuerholz. Ne, die brauchen auch Feuerholz. Das habe ich nur bisher noch nicht gesehen. Wie viel Feuerholz haben wir denn noch? Null. Okay, ich habe verstanden. Wir brauchen den Holzhauer. Dann bauen wir den auch. Und der kommt... Der kommt hier hin. So. Und dann haben wir hier schön den Dreierblock. Holzfäller, Holzstämme, Holzhauer und Sägewerk. Alles drei ganz eng zusammen. Wir erhöhen mal die Priorität, dass der Holzhauer zuerst kommt. Denn ich habe den Eindruck, dass das wichtig ist. Hiermit kann man nämlich sagen, wie wichtig ein Gebäude ist. Normal, etwas höher, noch höher, am allerhöchsten. Trotzdem wird jetzt erstmal der Steinmetz zu Ende gebaut. Ja, das ist aber auch okay. Und der Dock ist eigentlich auch wichtig. Oh, da haben die Leute Angst. Was ist denn da los? Oh nein, sagt mir nicht. Wir haben hier einen Bären. Oh. Was ist hier passiert? Zwei Einwohner sind gestorben. Ja, das wird der Dock... Das wird der Priester hier gewesen sein. Für den kommt der Dock leider zu spät. Aber was ist sonst passiert? Ich sehe kein Tier, kein Bären, kein Wolf. Oder ist oben endlich der andere gestorben noch? Kann das sein? Wo ist er? Ja! Nein! Der lebt noch. Der steht da noch. Der hat jetzt aber ordentlich Durst. 45, 44. Okay. Das geht jetzt ganz schnell. Er geht nicht ganz schnell. Die Anzeige suggeriert, dass er jetzt leer wäre, aber er hat noch 44. Müssen wir noch ein bisschen warten. Wir brauchen den Jäger. Wir brauchen ja auch Fleisch. Wir haben noch zwölf Fleisch. Und der ist verletzt. Nur, warum ist der verletzt? Der hat auch schlechte Stimmung, weil kein Dock da ist. Aber der kommt ja nach dem Holzhauer. Schön, man hat das Fundament unter dem Holzhauer gebaut. Äh, unter den Toten meine ich. Entschuldigung. Das ist natürlich praktisch. Okay. Ich würde sagen, das soll's gewesen sein. Und, ähm, ja. Ich würde mich freuen, wenn er auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Nächste Folge geht weiter mit Depraved. Wir gucken, äh, wie weit wir hier kommen in diesem Angespielt. Wie gesagt, maximal zehn Folgen sind für ein Angespielt eigentlich geplant. Wenn das Feedback, wenn die Resonanz super hoch ist, dann mache ich da auch gerne noch zu Alpha 1 vielleicht nochmal so ein kleines Kurz-Let's Play oder so. Aber sonst würde ich sagen, guckt man auf jeden Fall nochmal wieder rein. Äh, denn das Spiel hat richtig Potenzial. Gefällt mir sehr gut. und, ja, es offenbaren sich doch immer mehr äh, Probleme, wenn man hier so eine äh, Westernstadt baut. Plötzlich, äh, muss man an Dinge denken, an die man vorher noch gar nicht gedacht hat. Das ist sehr schön gemacht, sehr gut aufeinander abgestimmt. Gefällt mir sehr gut. Okay. Also, in der nächsten Folge geht's so, äh, kleiner Abbruch in der Aufnahme. Also, ich wollte sagen, in der nächsten Folge geht's weiter hier und wir werden sehen, wie wir uns schlagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schönen Tag noch. Dein Dr. Wolfs Herz. Ciao. Schönen Tag noch.